Liebe Hörerinnen und Hörer der Tübinger Telefonandacht, heute ist mir beim Aufräumen meines Arbeitszimmers ein kleines Büchlein in die Hände gefallen, in dem ich eine Geschichte wiederentdeckt habe, die ich Ihnen gerne erzählen möchte. Vielleicht kann die Geschichte ja auch ihr Wochenende bereichern. Ein Herr geht durch eine Straße eines Londoner Viertels. Am Eingang einer Villa sieht er, wie ein Mann sich bemüht, ein Pferd in den Hauseingang zu buxieren. Er bleibt stehen. Nach einer Weile sagt der Mann, wissen Sie, wenn Sie Zeit haben, dann könnten Sie mir eigentlich ein bisschen helfen. Aber gern. Als Sie im ersten Stock angekommen sind, will der Herr sich verabschieden. Ach nein, meint der andere, entschuldigen Sie, das Pferd muss nämlich noch in die Badewanne. Nach einer halben Stunde ist das Pferd tatsächlich in der Badewanne. Als der Herr sich verabschiedet, fragt er höflich, verzeihen Sie, können Sie mir nicht verraten, warum das Pferd in die Badewanne muss? Die Antwort? Ich habe eine Freundin, die die Gewohnheit hat, immer nur Na und zu sagen. Wenn sie eine Theaterkarte geschenkt bekommt, wenn sie eine Riviera-Reise gewinnt oder einen Brillantring geschenkt bekommt. Der einzige Kommentar ist immer, Na und? Aber was hat das mit dem Pferd in der Badewanne zu tun? Nun, erklärt ihm der Mann, in einer Stunde wird meine Freundin nach Hause kommen. Zuerst wird sie ins Badezimmer gehen, um sich die Hände zu waschen. Dann wird sie zu mir herausgestürzt kommen. Um Himmels Willen, in der Badewanne ist ein Pferd. Und ich werde sagen, Na und? Na und? Ich weiß ja nicht, ob Sie womöglich auch manchmal so auf etwas reagieren, was Ihnen jemand erzählt oder zeigt. Na und? Ich hoffe ja nicht. Ich hoffe nicht, dass auch Sie schon dieses Virus der Gleichgültigkeit befallen hat, wo alles gleichgültig ist. Und dadurch nichts mehr seinen eigenen, besonderen Wert hat. Na und? Meine Frau hatte als Teenagerin ein T-Shirt mit diesem Aufdruck. In den 70ern des vergangenen Jahrhunderts war dieses Na und? noch Ausdruck von Kritik am Establishment. Ausdruck einer Gesellschaft, die dabei war, sich aus der Bevormundung antiquierter Tradition zu befreien. Heute ist das Na und? Vorkommen zu einem Ausdruck der Beliebigkeit des Egals wie in der eben gehörten Geschichte. Die Gleichgültigkeit, mit der so mancher durch dieses Leben geht, stimmt mich immer wieder traurig. Wo gibt es unter uns noch dieses kindliche Staunen über die Schönheit des Alltäglichen? Die Dankbarkeit für den Geruch einer Blume? Die Verwunderung über die Lebendigkeit des Windes? Oder die Freude über das Licht des frühen Morgens? Wer sind wir Menschen, dass wir so das Staunen verlernt haben und die damit verbundene Dankbarkeit über die Welt, über das Leben, über uns? Wer sind wir Menschen, dass wir das alles vergessen haben, dass wir allesamt Himmelsgeschenke sind, alle einzeln und mit Liebe verpackt? Jeder und jede Einzelne etwas Besonderes. Jede und jeder Einzelne ein Ebenbild Gottes. Gottes Bild eben, in dem er sich wiederfinden möchte. Ältere Menschen sagen mir oft bei Besuchen, ich bin froh und dankbar, dass ich noch jeden Morgen aufstehen kann. Ich glaube, das ist keine Floskel. Auch wenn mancher vielleicht auch hier denkt, na und? Dass wir aufstehen können, dass wir diese Luft einatmen und wieder ausatmen können, dass wir die Welt sehen, riechen und ja auch schmecken können, das ist das tägliche Wunder des Geschöpfseins des Menschen. Um dieses Wunder zu spüren, muss man übrigens gar nicht viel tun. Man muss nicht Urlaub haben, man muss nicht wegfliegen, man muss auch kein Geld ausgeben, man muss nur die Augen aufmachen und sich ein wenig Zeit nehmen. Und dann kann schon das kleinste Pflänzchen, das sich da durch den Asphalt direkt vor der Eingangstür drängt, zu einer Offenbarung der Kostbarkeit dieser Welt werden. Dorothee Sölle hat diese Achtsamkeit einmal in ein wunderschönes Gedicht gefasst, das ich Ihnen gerne in diesem Tag noch mitgeben möchte. Es trägt den Titel Street Flower, Straßenblume. Am Straßenrand blüht eine Malve, eine Knospe ist beinahe offen. Altrosa wird sie sein, vielleicht schon morgen. Hätte ich Geduld, ich würde warten. Hätte ich Aufmerksamkeit, ich rührte mich nicht vom Fleck. Hätte ich Frömmigkeit, hier würde ich niederknien. Vielleicht schon morgen könnte ich sehen, nicht nur glauben, wie es einem Mitgeschöpft gelingt, am Straßenrand zum Blühen zu kommen. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende mit viel Zeit zum Staunen und Dankbar sein. Christoph Fieberg, Eberhardskirche Tübingen.